hallo leute und herzlich willkommen zu meinem neuen video heute kommt aber ja bevor wir anfangen ich habe keine fettige haare das ist kokosöl es ist halt so wenn man jetzt zum beispiel denkt man schwitzt oder man schwitzt hat wirklich dann holt man sich so ein deotuch reibt es ist halt unten in den achseln und ich muss sagen wo ich geschwitzt habe habe ich mir so ein deotuch benutzt und es war der hammer ich finde es der hammer also sowas muss ich wirklich wieder nachkaufen wie gesagt bin ja auch so leute seid ihr einfach schwitzen und man möchte kein deo spray oder rohron mitnehmen sind so ein tuch wirklich richtig toll hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen video heute kommt ein wort in mein kühlschrank tag ich habe mir auch einen kaffee gemacht hier steht es also naja ich bin jetzt nur um das sein in mein auge weg zu machen wenn ich ausschließlich schon in geboten sind doch die wozu sind die gebrauchten sind in dieser wunderschönen kiste drin ich finde du erst mal mega hammer ober auf dem tippen geil so pump spende ich dann noch runter so beim schwitzen blickt man runter sehr toll ich muss wieder kaffee trinken lecker lecker auf jeden fall leute wartet mal hier erst mal habe ich das angespuckt das wäre es noch wenn ich das angespuckt 5 von bei lera spaliert weil der duft einfach der ober hammer mega auf dem tippen geil ist einfach ohne scherz ich mag diesen duft ist wirklich richtig richtig top man leute mein kaffee macht mich ist ja zabelig ne alege alege das ist kauf 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 duft